Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute geht es um die While Schleifen. While Schleifen sind tatsächlich jetzt eure ersten Schleifen, das heißt die führen sozusagen euren Code mehr als nur einmal aus, beziehungsweise können das tun. Deswegen sind es Schleifen, deswegen heißen sie auch so. Und ja, das macht das Ganze natürlich sehr praktisch, wenn ihr irgendwie was automatisieren wollt. Ihr müsst nicht 20 mal denselben Code schreiben, sondern ihr könnt einfach Schleifen benutzen. Sehr nützlich, wie gesagt. Okay, so, wie machen wir uns jetzt eine Schleife? Naja, es gibt mehrere Formen von Schleifen und wir kümmern uns heute um die While Schleife. Die einfach hier While, dann hat sich hier auch wieder eine Bedingung. Und wir haben am Ende normalerweise immer solche geschweiften Klammern. Manchmal, wie gesagt, kann es mal passieren, dass ihr einen Doppelpunkt findet und eindrücken müsst oder sowas in die Richtung. Aber die Schreibweise, die ist dann sprachenspezifisch. Das heißt, da müsst ihr euch dann jeweils bei der passenden Sprache dabei orientieren dran. Okay, aber erstmal soll es um die Schleife gehen. Und zwar, eine Schleife braucht eine Bedingung. Wir nehmen jetzt hier einfach mal an, dass wir hier oben ein Boolean haben. Boole, äh, bad für Bedingung ist gleich, ne? Ähm, true. So, und jetzt wird hier drin irgendwas gemacht, solange diese Bedingung wahr ist. Das heißt, die ganze Zeit bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also, hello, äh, ja, hello, einfach nur hello. Okay, und wir schreiben uns jetzt hier einfach mal dieses hello raus. Was jetzt passieren würde, wenn ich hier die Bedingung bad eintrage und das Ganze ausführe, es würde einfach unendlich oft in diese Wildschleife gehen. Das heißt, es würde nie mehr rauskommen. Also, was dann passieren würde, ist, ich überprüfe hier oben, ist mein bad true oder das, was hier drin steht, ist das wahr? Ja, und solange es wahr ist, führe ich diesen Code aus. Das heißt, ist es wahr? Ja, also führe ich das aus. Wieder hier unten angelangt, springe ich wieder zu meiner Bedingung hier oben, überprüfe die erneut und führe dann wieder meinen Code aus. Und da mein bad hier niemals falsch wird, ähm, ja, wird das hier auch niemals aufhören, diese Schleife auszuführen. Was passieren wird, ist, ihr werdet unendlich viele Hellos auf eurer Kommandozeile oder wo auch immer gerade sehen. Also, es wird einfach niemals aufhören und im schlimmsten Fall müsst ihr das Programm irgendwie abbrechen, weil es eine sogenannte Endlosschleife ist. Das ist ungünstig, deswegen macht man das so normalerweise nicht. Ihr seht schon, ähm, damit ich hier irgendwann mal wieder aus der Schleife raus kann, muss ich irgendwie meine Bedingung modifizieren. Und, ähm, ja, manchmal macht es natürlich auch Sinn, ich möchte eine Wild True haben, also im Prinzip hier eine Wild True. Das ist die klassische Endlosschleife. Ähm, das möchte ich auch manchmal haben, weil zum Beispiel ein Spiel muss sich immer neu aktualisieren, bis es beendet wird. Sprich, ich müsste hier tatsächlich eine Schleife haben, die mein Bild jede Sekunde aktualisiert und das so lange, bis ich es beende. Also, da wäre eine Wild True ganz praktisch. Dann brauche ich hier drin aber irgendeine Möglichkeit, wie ich zum Beispiel wieder raus kann, wenn irgendwas passiert oder sowas. Aber, ähm, im Normalfall wollt ihr das nicht haben. Im Normalfall wollt ihr eigentlich, dass sich diese Bedingung hier oben verändern kann. Und dazu schreiben wir uns jetzt hier einfach mal unser x hier hin. x gleich, äh, 42 zum Beispiel. So, und jetzt sage ich hier, hey, oder wir fangen bei 0 an, das ist einfach sinnvoller. Aber, hey, solange, ähm, dieses x tatsächlich kleiner ist als zum Beispiel 42, gebe ich hello aus. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, naja gut, ich möchte hello ausgeben, aber ich muss ja x noch irgendwie verändern. Denn, wenn ich das jetzt so laufen lasse, dann verändere ich x ja niemals. Und, wenn ich x niemals verändere, dann verändert sich auch die Bedingung hier oben niemals. Und, wenn sich die Bedingung nicht verändert, dann ist es auch wieder eine Endlosschleife. Das heißt, ich muss doch irgendwo sagen, dass mein x irgendwas tun soll. Zum Beispiel, was das Klassische ist, x plus plus. Das heißt, ich erhöhe x genau um 1 und habe hier somit insgesamt 42 Schleifendurchläufe, weil mein x von 0 anfängt. Das heißt, es ist 0, ich gebe hello aus, es wird 1. 1 ist kleiner als 42, also gebe ich hello aus und es wird 2. 2 ist immer noch kleiner als 42 und so weiter, bis ich bei 41 bin. 41 ist kleiner als 42, also gebe ich hello aus und x wird erhöht um 1, also 42. Und 42 ist nicht mehr kleiner als 42, sondern gleich. Und das heißt, das hier wird falsch und ich springe hier runter. Das ist sozusagen die normale While-Schleife, wie sie einfach, ja, häufig verwendet wird. Jetzt hat man sich aber gedacht, oh, das ist ein bisschen umständlich, wenn ich das alles so schreiben muss. Das gefällt mir irgendwie nicht. Und deswegen hat man eine Vorschleife erfunden, die wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz die Do-While-Schleife zeigen. Und die Do-While-Schleife ist im Prinzip fast dasselbe, aber nicht ganz. Okay, wir können es uns mal ganz kurz angucken und zwar hat man dann normalerweise ein Do hier oben. Und dann hat man ein While hier, ups, naja, das ist noch von letztem Video, ähm, gut. Ein While hier unten und eine Bedingung. Das heißt zum Beispiel x kleiner 42, äh, ja, kleiner 42. Und manchmal oder meistens haben wir dann sogar noch ein Semikolon hier hinten dran. Oben brauchen wir kein Semikolon oder sowas. Hier wird es meistens gebraucht. So, ähm, jetzt haben wir hier ein Do und dann irgendwas, was man machen muss. Gut, jetzt sagen wir hier, okay, wir sagen, ähm, x ist gleich 0. Okay, also, wir gehen hier rein in die Schleife und danach erst überprüfen wir die Bedingung. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel x auf 41 setzen, dann gehen wir hier rein und sagen, print hello, okay, x++, okay, ganz normal, hätten wir ja vorhin auch gemacht. Und wenn wir dann sagen hier While, also jetzt ist ja x hier auf 42 gesetzt worden, weil es um 1 erhöht wurde. Das heißt 42 kleiner 42, nö. Also mache ich das hier. Das ist genau dasselbe wie bei der While Schleife. Aber jetzt kommt ein Spezialfall. Und zwar, wenn ich hier x auf 42 setze, dann wird zuerst trotzdem einmal diese Schleife ausgeführt. Und obwohl hier dann x sogar 43 wird und diese Bedingung eigentlich schon davor nicht wahr war, einmal wird die Do-While Schleife auf jeden Fall ausgeführt. Die While Schleife muss nicht einmal ausgeführt werden, aber wenn die Bedingung in Ordnung ist, dann wird sie so oft ausgeführt, bis die Bedingung eben falsch ist. Die Do-While Schleife wird auf jeden Fall einmal ausgeführt, egal was die Bedingung macht, weil die Bedingung erst dann nach das erste Mal überprüft wird. Und das heißt, wir führen erst einmal aus und überprüfen danach die Bedingung. Das macht nur einen Unterschied, wenn sie überhaupt nicht ausgeführt werden würde. Aber ansonsten ist es genau dieselbe Schleife im Prinzip, nur dass eben die Bedingung danach erst überprüft wird. Okay, so viel zu schleifen. Da würde ich euch jetzt tatsächlich mal sehr stark empfehlen, das ein bisschen auszuprobieren und euch ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen. Benutzt ein Blatt Papier am besten und einen Stift und probiert einfach mal aus, was da so passieren könnte und was da passieren sollte und benutzt vielleicht auch eine richtige Programmiersprache dann dazu, um das auszuprobieren, was da tatsächlich so passiert. So ein bisschen Hands-on ist immer ganz nützlich. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.